Jetzt wird der wahrscheinlich Sniper, oder? Wir gehen in die andere Richtung sehen. Das würdest du nicht glauben? Das ist die bescheuert. Die hat Möpse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ruhe, Sniper. Ich habe dieses Gefühl, dass wir doch da rein müssen. Ja, müssen wir tatsächlich. Nee. Oder? Wo kommen wir denn jetzt hier aus? Nee, wir gucken mal, wo wir hier aussehen. Leut, Viechers. Ich glaube, sich einer verpuppt wieder hier. Oh, das ist gut. Komm, verpuppt dich, du. Nein, du hast es getötet. Oh, Leut. Das auch. Nicht auf die Schießen, nicht auf die Schießen. Das nicht. Der mutiert. Wenn er nicht weggeknallt wird. Okay, alles bereit machen. Und drauf. Hang, hang, hang. Ich schieße ja nur einmal und dann lade ich eine Achtung auf die Mette mit. Sauber. Ausgezeichnet. Jetzt kommt zurück. Ausgezeichnet. Ah, fuck you. Haben wir uns denn zwei an die Arsch gesetzt hier, ey? Ja, weiß ich auch nicht. Alter, ich mach mittlerweile 1.500 Schaden muss in die Runde, ey. Kann ich mal ja sagen, ne? Dich kriegen wir wieder hin. Ja, genau. Drop zwei Shotguns. Das ist aber ein Witz. Oh, cool. Ich freu' nicht. Oh, ein Schuss. Ich freu' nicht. Ne, ich freu' nicht. Ne, ich freu' nicht. Oh, was das denn? Oh, das ist denn? Oh, das ist so. Oh, Madame von Bartelsby. Oh, ich wär' ich bin fast tot durch einen Hit. Madame von Bartelsby. Ich brauche das nicht. Warte, ich puste der gerade richtig gut. Der bei der Beschrei. Oh, Leute! Haha, ich fände den Namen so geil. als ob er der Wäscher-Wiederbelegung der hat die Kurscheidung gut ist immer an 2.1 das ist die bescheuert das ist ein der Bescheidung das ist das ist ein kleines Vieh drin einfach das ist das ist der rechten Reginald Prozent das war ein Nein das fällt hier unter Arie geht hinterher Bewerber verwecken Dauweser und Cocktail Alter 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 die fangen an auf mich zu schießen Aua Na toll ist das Ding da auch auseinander gefallen oder? Ich muss hier ganz dringend raus Was ist das scheiße? Ich war unbedingt auf ne neuesten G Da fällt wieder so ein Teil Neu Ich hab meinem kurzer Zug gekillt Was sind denn Krumpets? Ich bin auf den Schienen gelaufen und dann kam der angefahren Ich hab keine Ahnung wo die Krumpets sind Ich bin am Arsch Anweser Naja Naja Ja ich sammle gerade die Dinger allein Okay davon haben wir schon mal genug Wenn sie an Krampel Anweser Anweser Es ist aber das soll er vielleicht ein Witz gewesen sein mit den Krampen Zulitzender und das sind nur ob sie alles Ich hab mit dem Platz in Bad gefunden Dann bleiben wir schon mal Na und alles brauchen zu verstehen Ich will die auch sehen Ich will die auch sehen Grüß sie denn Off the fuck Hat die die Hälfte auf? Alter ich personelle Es ist ein Was ist denn Na na, es ist eine Granate Ich würde so eine Socken oder so Das könnte ich die Granate sein Eine Granate Ich würde die Kupen Alter da steht auch in dem Text der Bongo's aus ja stimmt A8 das wird aber noch was angezeigt und das ist ja gescheit ist der Wüste der Saison mit sich die Klammer zu sammeln in der Jahren wenn du dich auch nach links der Sniper macht mich vollkehren mit seinen Schüssen war jetzt geht es hier drin schon los oder was aber diesmal nicht das Ding da hinten umdrehen was soll ich das Ding umdrehen, warte mal hin was soll man das nicht tun dann sind wir hier wieder ein bisschen beschäftigt Rampers und tschüss Rampers einfach wieder raus hier der wird gar nicht geguckt hat, dann ist da zwei ecken Teller mit was drauf Kumpf Wohin, schneller legst du da rechts rein? Alter Peter, geh da weg! Ich hing fest! Anfer Bram hinterher Bram macht jetzt den Runner Last Renning Reginald und Fluffybut platzenden Ist der mit Prinzessin Hardy? Nimmt die auch am Kaffeekränz den Teil? Ja, weiß ich nicht Guck mal, ob wir generell eingeladen sind Prinzessin Hardy-Massau mit Weiß ich nicht Weiß ich nicht Als er zu nehmen, Hauer Hahahaha 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 H He-Chiquien laufend das ist ja wohl immerhin amal da haben wir ihn denn wir werden da bestehen aber drauf nämlich kleiner auf auch die oberflucht feld feldweil feldweil was steht da wo er was hat der kirk nachher jetzt zur einladung des ehrengastes er hat bekommen offensichtlich der Typ der ihre Eltern gekippt hat Ja, und ich will mal gucken. Wahrscheinlich frisst er nachher das Lady Fluffy-Bed oder wie hieß der Typ, den wir dann eigentlich angefesselt haben. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, wovon ich über die Brücke laufen kann. Puh, scheiße. Ist es offen oder was? Da ist er ja. Ja, coole Video. Okay. Da ist ein Schurke. Ich hab dir mal schon mal den Kopf weggeballert. Na, sehr gut. Da muss ja spannend werden, ne? Dann ist ein Nomaden-Taskmaster. Die Nomaden muss halt erst mal drücken. Bob hat ihn getötet. Was macht ihr denn? Ich sag mal, gescheitert, weil das setzte ich jetzt. Na, dann zurück. Dann weiß ich, dass eh den Typ mehr geht. Ich muss halt trotzdem auseinandernehmen. Ganz der Flappy- Äh, ne, wie ist der Flash-Task? Alter, wo kriegst du denn den Damage her? Wer hat denn der Typ hin? Wo ist der denn? Ja, ich bin down. Mach mal. Der Goliath ist voll abgespaced gerade. Ich seh den noch gar nicht, Kaiser. No, ich bin... Alter. Das war keine Absicht. Maschinengewehre. Komm schon. Boah. Wir wissen das. Granaten-Mods? Alter, die oben rechts würde ich nehmen. Ja, wer würde die nicht nehmen, Peter? Ja, wer würde die nicht nehmen, Peter? Ja, die würde ich auch nehmen. Nur Entzündungszeiten, 0. Cool. Ich nehm was, was übrig bleibt. Die Explosion wahrscheinlich beim Aufprall. Ja, okay. Moment, dann machen wir das gleiche wie immer. Wer hat den billigsten Granaten-Mod? Äh, 142. Mein Granaten-Mod hat... Wie viel? 149, passt meiner. Ja, meiner 272, da bin ich schon. Ja, meiner auch 149. Warum, warum, warum wollen wir die damals eigentlich nicht meinen Granaten-Mod haben? Ja, und wie machen wir das dann? Meiner macht 411 mal 8 Schaden. Ja, dann gucken wir, welche von uns weniger Schaden macht. Okay, meiner 473. Meiner auch. Dann hätte ich das was für das. 636. Ja, 770. Die anderen kosten aber gleich viel, dann hätte ich mehr so. Ja. Jetzt komm, nur wenn ich schütze einmal. Das ist 0. in der Welt das ist auch so eine Röhre für mich auch so eine Röhre für mich die geht ja immer noch nicht gegen die explodiert nur bei Auffall am Gegner letztes Jahr hüpft die ganze Zeit nur so rum genauso wie meine ich verstehe nicht wieso ihr euch nicht wirklich vorhin und meinen oder gestern gestern und meinen Granaten-Mod gekloppt habt kommt ja nicht nur auf den Schaden an ja aber 411 mal 8 Schaden ist doch jetzt nicht so schlecht oder? ja Peter nimm mal die Quest mal neu an aber was ist hier dran naja damit wir den jetzt hier nochmal abknallen können da muss ich auch kommen da ist er! da ist er! Flashstick wir müssen ihn locken ja komm Pussy komm! Aua! Alter der macht voll viel Schaden warte der rett mir hinterher komm schon ja komm Pussy, rett mir an verletz unseren Gast nicht zu schwer Keule man kann auf keine Teeparty gehen wenn man tot ist komm! ich hasse deine Fresse komm! ich zieh mir dein Gesicht über wie den Kontor hat der gerade gesagt putt 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 naja Freunde just in diesem Moment wird Flashstick durch die Tunnel gesaugt lass uns reden die ist voll psycho ich mag die jetzt kommt er gleich hier raus nächstes Level und und du bist der Kellner ruf Mr. Swartz dort drüben um Mr. Flashstick herein zu bringen Gute Entscheidung will sie damit treffen? musst du einfach so den Schalter hier drücken deine Eltern haben bestimmt geschliehen als sie drauf gegangen sind wenn du bereit bist für die Party verpasst bitte Mr. Flashstick einfach seine Schweinefresse ja wohl ja haha Party Flashsticks Freunde sind auch eingeladen pass auf dass sie nicht randalieren und den Generator schrotten oh oh da kommen sie schon naja das ist ja Gästewellen zurückschlagen was ist denn der Generator? wie funktioniert denn der? ist nur da was machen dran? die sind so laut was für Rüke Hihii Ja, Schnucki. 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 Ich guck mir in der Zeit das Schauspiel an. Alter, der wird die ganze Zeit gerostet. Haha. Nämlich HIT. Gerade war er schwarz, als ich mal gerade so einen Schock bekommen habe. Alter, ich liebe die ganze Nacht jetzt schon. Also jetzt kommen hier aber schon einige durch. Ey, der ist Faisy doch mal. Faisy doch mal. Alter. Ich bin down. Ich hab' mal Hilfe. Oder vielleicht noch nicht. Doch. Ich hab' immer noch Hilfe. Oh, nice. Okay. Warum schießen wir nicht weiter, sagt er. Aber hat ihm jemand den Kopf abgeschlagen, im Goliath? Oh, ja, das ist ja tot zu sein. Oh, quatsch. Stopp. Oh, Goliath. Ah. Ich möchte so'n Ball zu Goliath jetzt nochmal haben. Ich möchte den nicht. Keiner für den. Keiner für den. Oh. Serien für den. Ich verstehe du Bär,erst wix 비. Oh. Oh, langenlagt, ja. Oh. Oh. Mögei. Noo, wotthf! Oh, mann, ja! Oh, mann, ja! Oh, mann, ja.